Hallo Leute, heute möchte ich mit euch einen Pullunder stricken und zwar habe ich dafür einfaches Hickelgarn auch genommen was ich noch übrig hatte von meiner Babydecke die ich gemacht hatte dazu habe ich dann nochmal mit Pfeilmaschen gearbeitet ich lasse euch dazu ein Muster zu kommen und für den ganzen Pullunder auch nochmal eine Art Strickanleitung sag ich mal so die Eckpfeiler habe ich mal so datentechnisch draufgepackt das wird die Karte euch schön einblenden aber damit ihr nicht ganz und gar im Dunkeln steht habe ich mir gedacht ich zeige euch wenigstens wie ich das Pfeilmuster in diesem Fall gemacht habe angefangen habe ich das ganze mit 92 Maschen ne mit 94 Entschuldigung zwei Randmaschen sind dazu dann bin ich ganz einfach in glatt also rechts gegangen das heißt rechts rück und rechts hin rein das ganze habe ich fünf mal gemacht also zehn Rand möchte ich meinen dann habe ich mit dem Pfeilmaschenmuster angefangen wieder zehn Zentimeter glatt gestrickt nochmal vier Zentimeter ich denke das lässt sich ganz gut zeigen bis zum Rand rauf den Rücken komplett glatt oben ganz gerade abketteln und im vorderen Bereich nehmen wir dann das habe ich auch noch mal aufgelistet für euch in der Mitte 32 Maschen ab und dann nochmal einmal zwei Maschen in jeder zweiten Reihe und zweimal eine Masche in jeder zweiten Reihe für den Rand habe ich dazu dann nochmal die Maschen komplett aufgenommen und habe sie links gestrickt vielleicht kommt das ganz gut rüber das ist eine linke Masche davor ist und rechts abgestrickt das kann ich auch noch mal in dem Muster was ich euch zeige gleich auch noch mal zeigen das gleiche habe ich auch an den Ärmeln gemacht an den Randärmen der ist sehr einfach weil es wirklich zwei gerade Stücke sind bis auf den Ausschnitt ansonsten dürfte da keine Schwierigkeit drin liegen und habe gedacht das ist eigentlich was was man auch mal im Sommer tragen kann ohne Pulli drunter im Winter mit einem Pulli drunter ich habe auch ausprobiert mit dem Hautfarben den BH kann ich den sogar ohne alles kann ich den auch ohne alles anziehen also je nachdem wie man dann gerade möchte ist auf jeden Fall ein sehr schöner und sehr angenehmer vom Tragen her ich zeige euch mal ich habe hierzu schon mal ein paar Maschen aufgenommen und zwar läuft das Pfeilmaschenmuster über neun Maschen ich habe hierzu 20 aufgenommen ich habe es auch schon einmal gestrickt und wie ihr seht bin ich jetzt auf einer linken Reihe jetzt arbeite ich dann in rechts weiter das heißt ich habe erst einmal meine Randmasche dann stricke ich eine glatt rechts bei der nächsten nehme ich einen Umschlag stricke wieder rechts eine zweite nur ein Umschlag und wieder rechts die nächsten drei zwei Maschen dann nehmen wir zwei Umschläge heißt zweimal den Faden um die Nadel und eine rechts stricke zweimal den Faden um die Nadel rechts stricke und das ganze noch ein drittes Mal und wieder rechts stricke dann kommen wieder zwei Maschen nur ein Umschlag rechts stricke und eine einfache rechts stricke das ist normalerweise der erste neuner Satz und das ganze wiederholen wir noch einmal heißt wieder eine einfach stricke dann zweimal mit einem Umschlag rechte Masche stricke dreimal mit einem Doppelumschlag rechte Masche stricke und wieder Umschlag einmal nur zwei Maschen damit hoch und eine einfache und die Randmasche bei der Rücktour stricken wir links wir stricken links und unsere Umschläge lassen wir wie gewohnt fallen nur die Maschen stricken ich gehe grundsätzlich erst einmal komplett drüber also ihr seht das bestimmt ganz gut dass man die einfach fallen lässt einfach rum halt nächste fallen lassen und dann stricke ich mal bis zu der ersten festen und ziehe einfach mal mein Muster dann seht ihr schon dass das ein bisschen wellig wird aber im ganzen stück nachher nicht wellig ausschaut nur interessant weil das Fallmuster halt mal schmäler mal breiter wird wie ihr sagt auch naja das mache ich jetzt nicht so der kann natürlich auch einfach nur mit doppelten Umschlägen die Fallmaschen laufen lassen sieht bestimmt auch ganz interessant aus aber war mir jetzt zu einfach mal etwas anderes reinbringen wichtig ist dass das ganze stück im end nachher einfach ist so dann gehen wir noch eine reihe glatt rechts darüber jetzt haben wir das hier rüber gestrickt und wenn wir das nächste Muster ansetzen wollen gehen wir einfach nochmal zwei Reihen glatt rechts also wieder rechts umdrehen rechts dann haben wir den gleichen Effekt kommen wieder hier an und können dann das nächste Muster aufnehmen für den für den Ausschnitt am Arm und auch oben am Hals habe ich im Endeffekt nichts anderes gemacht wie so wie jetzt rechte Maschen auf linke Maschen auf der vorderen Seite und stricke rechts die Maschen ab das heißt ich stricke sie zusammen zwei zusammen in rechts das hat den Vorteil dass das ganze auch nicht weg kippt ich habe es ausprobiert ich habe mit rechts Maschen auch ausprobiert den Rand zu machen aber da kippt der ganze Rand nach vorne weg und das sah nicht toll aus deswegen habe ich das ganze mit linke Maschen gemacht und dann erst abgenommen dann habt ihr den Rand in dieser Variante nachher ich hoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen wünsche viel Spaß beim Nachmachen bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss